noch mal auch nicht mal ob er hat ihn aber da jener zu wollen ja moin oh ich habe hier verkehrte Bilder da wäre doch noch was so machen wir mal schnell fixen stadt hier guck mal hier was gibt es denn hier neues doch so einmal mir persönlich hier den den spieler sound ein bisschen ein bisschen so oh 1 jürgen Moin. Moin. Kann auch sagen. Möp. Zü. Öha. Matze. Moin. Na mein Lieblingsmädel? Und da? Oh je. Däckerstleim. Maxis. Stein. Moin. Was willst du denn hier machen, Bauer, pressen heute? Was? Ist das? Ja. Wechseln. Ja. Nachher mit. Coffee, moin. Ach so. So, ich hoffe mal, tonmäßig passt alles. Matze, der schleimt auch immer. Was ich will? Alles gut. Ich freu mich, dich zu sehen. Und zu lesen. Nein. Alles gut. Bauermäßig aber auch ne Naht zurecht, Junge. Hast du ihn zu tun? Ja und Leute, und sonst geht's euch gut, ja? Seid ihr gut ins Wochenende gekommen? Äh. So. So reingerutscht, meine ich. Naja, so. Ihr wisst schon. So, gucken wir nochmal zu die Hunas. Na zu die Tok Tok Dinger da, die so Eier aus den Hintern drücken. Oh. Das ist gut, Matze. Das ist gut. Man könnte auch mein reingefallen, ne. So. Ja, der Bauer will sich ja noch melden bei mir. Irgendwie will er noch Mais fahren und sowas. Guck. Ich dachte, dass der mal anruft oder irgendwann, ne? Ja, der mal anruft, nicht der Bauer. Der meldet sich erst fünf Minuten vorher. Ja, ich bin schon da, wie? Am besten vorher ist er los. So, nach dem Motto. Schon fertig, ne? Hä? Obwohl, der kann ja noch gar nicht angerufen haben, Stefan. Hä? Ihr wollt ja noch telefonieren. Und so. Hast du das Volan nicht eingeschalten? Dass ein zweites Gespräch drin kommen kann. Warte mal, ich ruf dich noch mal an. Vielleicht geht der Bauer ja mal dran. Tut. Tut. Ah, endlich Bauer. Ah, Bauer. Moin. Moin, sieh. Oh, Fried Stefan, ne? Ja. Nochmal. Tut. Tut. Mut. Ja? Ja, moin. Moin. Ich habe jetzt zugesehen. Ah, ruhig beide. Sieh so. Ah, ihr doch. Nee, du. Oh, ich weiß ein bisschen Mais machen, ey. Mais machen? Mais machen. Auf der Seite. Ja. Ja. Jetzt ja. Dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen? Dauert noch ein bisschen. Ah, gut. Mal den Hirsch ein bisschen was anbieten, den neuen Hirschhisch. Hirschhisch? Hirschhisch. Hä? Hä? Warum war das Stück mit dem neuen Jodir nicht? Weil jetzt? Warum sitzt der Typ da drinnen so schräg? Weil ich nicht gerade sitze. Kannst du etwa den Sitz per Maus drehen mit dem Ding, oder? Na klar. Kannst den Sitz per Maus drehen, Alter. Aber die Bremsen sind ja auch, oder? Alter Verwalter, da weißt du ja auch ins Lenkrad. Wo ist der, wirst du das loslassen? Da steht die Karre schon. Bevor du das Giga mal anhören musst, ne? Wirst du denn erst mit Gras anfangen, oder was? Können wir machen. So, können wir machen. Erst Gras, dann auf Maus, und dann... Bei dir weiter. So, ein Anhänger? Äh, soll ich jetzt von Stefan nehmen, oder was? Oder wie? Oh, mein. Wirst du das auch noch ein? Gut. Ich fahr jetzt mal zum Bauern hin. Ja, entspannt. Es dauert noch. Ja, soll mal ein bisschen gucken, oder? Ich mach mal mit dem Deikram fertig, da ist der Wander. Wollt ich nur häxeln, oder? Wird ja eh kein häxel gut, oder? Wenn du das häxelst. Das bleibt doch krass. Keine Ahnung, können wir es wieder sehen. Ja, ich mach mal mit dem Deikram fertig, da ist der Wander. Ja, guck'n wir mal, ey. Und wo gehst du mit Schwattablage? Mit Schwattablage? Ja. Ja. Mach mal Wiese 2, bitte. Hallo, Kimi. Willkommen. Hallo, Kimi. ... Musik ... ja so wie sie hat lange weile das hatte ich auch eben mal kurz gemacht noch nicht so richtig jemanden aufgefangen da mal kurz gucken wo ich meinen von dieses mehwerk gelassen habe hast du noch irgendwo wieso doch wenn wir in irgendeiner halle gesehen dass die alle mit roll tor zu hattest und da stand der md mit nächste da drin ja auf der anderen seite wo ich rameen tue hier auf der seite gehöre das noch dazu da wird das endlich zuhören da ja 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 feld nummer zwei sagst du ja wiese 2 da hinten ganz neben der getreuung der ag kommt man davon darauf ja 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 gott du kannst auch bei der runde fahren dann fährst du quasi auf den bäu wenn du einmal quer fährst bei der runde unten ja jetzt bin ich in andere richtung gefahren ja ja das ist gut das hätte etwa ein bauer sein hexler schon ein strafler machen dann musst du umkuppeln ja ist ich dann gehe ja so gesehen muss man jetzt aber roh rummachen sonst geht das nicht das ist ja wiese nummer drei und vier noch zu haben ja wow ja für das was du vorhast brauchst du die auch sehr wenig ne für was das was du alles vorhast ja 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 aha so wird das problem aus mir fehlt nämlich ne wiese die habe ich ja umgeflüchtet und woher kann so wiese 2 siehst du hier ist sie doch nämlich glaube ich glaube ich mal gucken wie man darauf kommt warte mal in der Mitte irgendwo warte mal in der Mitte in der Mitte zur td schmied an koszlowski so zeig 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 so so es 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 um um so ein umsäck rum hier hinten in der ecke die ich jetzt ein bisschen mehr rum Das ist ein Aufrichter. Sehr gut, gleich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. What? Yes. 22. Oktober. Oktober, ne? Ja. 22. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 25. 25. 25. 26. 26. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 26. 25. 25. 25. 25. 26. 25. 26. die 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 und die Bede Zauber die Bevorfahrt ich war eben nur ein bisschen erschrocken, dass Herr Bauer auch hier mal mit mir wegfährt was spielten die da, da tanzen die Armehwerke oder was? ja 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 beautiful horn hat unser bauer gebaut naja der dünnste aus dem westen da wo der andere dünnste auch herkommt aus dem westen die 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 er so war Ja, was ist das für dir? Ja, das ist wenn du auf die Uhr truchst. Ich dachte, das ist wenn du hier oben auf truchst. Ja, auch. Und wenn du auf die... Ja, die haben auch Kontakt da drin. Du bist so. Und dafür dann, wie du einstellst, dass die halb... halb... oder stück... drin sind. Oh. Genau. Oh. Ui, hier hast du voll noch müde, ich gehe an. Das war nicht runter. Hängt aber trotzdem unten. Komisch. 22.18.18. Ne. 3.18.18.18.18.19.2021 Einmal im Personal. Was willst du denn gestern? jetzt klemm ich gerade zusammen also du wolltest das da jetzt fertig ich könnte ruhig noch ein bisschen höher erheben aber die ic die ic funktioniert nicht wieso nicht bei mir funktioniert das und dann ja wie Ja, ich komme dann auf den Hof, ne? Ja, ich mach mal. Also das Mehlwerk könnte ich noch ein bisschen höher heben. Dann ist ein bisschen... ein bisschen... ein bisschen... ein bisschen... ein bisschen... Ja, ich komme hier sein zu dir. Ich komme ein bisschen älterer. The old... John Deere. The old generation. It's... 19... Quatsch, 19... 9, 6. Yes, ne? Ja. Ja, 95 für 6. Äh... Wieso 2 anfangen, Stefan? Am Arsch, Alter. Ich hab das jetzt hier vorbereitet. Ja, gut. Schimmelmelone YouTube. Kann ich mitmachen. Leider nicht. Wegen Privatmods und so. Aber... Eventuell nächstes Wochenende. Kannst du mitspielen. Wir haben da mal locker was geplant. Wir haben das leider zeitlich... nicht geschafft zu diesem Wochenende. Aber zu nächsten Wochenende soll das was werden. Hast du schon gedreht, ja auch. Alles vorbereitet, warum? Sehr schön, so liebe ich das. Genau. Ey! Den kannst du nicht lassen, ne? Schieb dich gleich über deine Wiese, Alter. Ne, aber dann kannst du gerne im Match spielen, Stimmelmelone, ne? So, ein heftiger Name. Carlson! Moin, moin! Hast du nicht eben schon moin geschrieben? Ah, nee, das war Kochi. Das war Kochi. Entschuldigung. Wolle, ich mach mal an der Bittung. Wie geht's dir, Carlson? Hey. Das bleibt draus. Ach, das ist ja auch. Wieso nimmt er nicht alles mit? Ich weiß nicht, von daher. Los, weiter. Das ist ja so gesehen. Kommen Sie ran, lieber Mann. Ja, geht. Hört sich ja nicht so gut an, ne? Also, bei mir, wie immer, ne? Eins fit und so, ne? So untenrum und hinten dran und alles gut. Oh, mein Gott. Ey. Äh? Da bleibt ja die Hälfte in mir, joh. Ja. Schwingen wir gleich um. Oh, komm, fahr weg mit deiner Miro. Ja, vor was sagen. Ich schwinge um auf Mais. Ich sammle mal Marmeladewag auf. Ich baue schon mal um. Ich blöde, wo war die? Der Bauer kann runter, die hinterher fahren. Und sammelt. Ich kriege auch nicht alles zugleichen. Wo geht die Gras noch mit Miroladewag. Ah. Ich hab keinen. Ja, das war's meine. Ich komme jetzt zum Hof bei dir, Bauer. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Kannst du ja mal... Aua, schwing dich mal in meinen MB-Trag. Der steht ja vorne bei dir auf dem Hof. Ich schwinge ja sofort. Und gucke mal, ob du da abladen kannst. Ja. An der Herkampfstätte. Feld Nummer 14, ne? Kannst du angehen? Ne, hier, Gras fahren. Achso, Gras fahren. Jo. Was macht der noch? Jetzt muss Gras fahren. Trecker fahren, Trecker fahren, Trecker fahren. MJ, moin. Noach. Ach. All off, all off, all off. Ne. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, glaub schon. Warte mal. Ich grüße dich. Jetzt. Kölsch, papp. Das gehört? Zechengrüßen. Ich hab dir quasi angehupt. Ganz schön breite Reihen teilweise, ne? Oh. Kriegt er nicht so schön sauber mit hier. Ja, später sind wir dann noch im Mais. Um da heute noch zu kommen hier. Das ist hier die Feldersee, ey. Puh. Ja, das ist ein bisschen Ladevolumen. Stöhnt. Also bau ab und zu, bleib mal so'n Lötterhaufen liegen. Ja. Krieg er gar nicht so sauber weg hier. Aber der hier vorweg rumgefahren ist auch nicht so richtig. Das geht nicht nur mir so. Ja, und MJ, bei dir? Wie sieht's aus? Den Lager. Ja, und das zu dem will er nicht probieren. Da war ich nur steigen, weil... Weil ich hatte bislang Pena-Probleme. Ja. Und der letzte hab ich Urlaubprobleme. Sir Henry. Eure Lordschaft. Wie ist ihn? Was? Moin, Sir Henry. Alles frisch und menace und so. Was gibt's Neues? Und Altes? Wer lebt so vor sich hin? Gefährliche Männergrippe in Anmarsch. Ih, geht, geht. Dann lass sie bloß nicht hier, ne? Ja, genau. Bleib nicht so. Nicht das wie hier so'n... Dass uns hier so'n Virus einschleppst, da. Na, so mit vor sich hin sterben und so. So leise hin raffen. Ja, hatte ich in der Woche auch gedacht, so. Montag, Dienstag. Jetzt krieg ich das. Irgendwie immer noch nicht. Aber lieber jetzt so. Also nur Wetten. Äh, ja. Und ich habe immer das Glück. Meistens. Dass das immer direkt an mein Komfortsach irgendwie so kommt. Oder da ist. McCormick Girl. Moin. Na, wie geht's dir? Moin. Moin. Die meisten habe ich das immer zu meinem Geburtstag. Aber da sind nur noch ein paar Tage hin. Und er zieht sich das immer so bis eine Woche vor Weihnachten und dann... Da, wo die anderen dann schon das zweite Mal krank sind. Ähm. Ganz gut. Jo, mir auch, du. McCormick Girl. Oh, ein Schick. Und was macht der Männe? Wieder am Schrauben oder wann? Ja, wieso krieg ich die Reihe hier nicht rein. So ein Shit. Ja, aber das ist jetzt natürlich auch gefährlich, sich so mit Grippen anzustecken. Überall keucht und fleucht es rum. Und dann... Dies Herbstwetter, ne? Dann Jacke an, Jacke aus. Und das ungefähr 30 Mal am Tag. Und dann... Oh, die Sonne kommt ja raus, wenn ich das will aber warm. Kann man vielleicht auch mal kurz im T-Shirt, ne? Und dann hat man schon vorher ein bisschen geschwitzt. Da gibt es noch so ein blaues Lüftchen. Rucki zucki, ne? Wenn man dann den einen oder anderen Abwehrkraft nicht mehr hat, denn... Und dann geht's los. Rucki zucki. Und rucki zucki sieht man aus wie ein Mucki. Ja. Ich meine, die Probleme habe ich ja nicht, ne? Ich habe Fell. Ist gut bei Wärme. Gut bei Kälte. Wem gehört die kleine Fläche denn hier noch? Dir, Bauer? Mir, ja. Was ist da denn noch bauen? Kuh. Kuh genau. Was ist da so kommen? Kann man auch umflügen, ne? Kann man bei dem Feld. Ja. Für Betonkartoffeln oder so. Moin. Ja. Tschüss. Ich würde mir sagen, wir kommen auf dem, ja. Ich würde mir sagen, wir kommen, ja? hier ist für henry ich gebe ein haus das war es für henry in jungen jahren bier werbung das wirst du doch hier bauer wir haben auch zeit manne wir waren schon so so trocken jetzt kommt ihr den hals und so ne warmes bier soll ja helfen aber der geruch so mein vater ist auch so der wird meinem nachbarn also mein früherer nachbar wenn sie dann gasbrenner stehen dann schon bier aus der kiste und haben sie erst mal vor dem gasbrenner also hier vom sonnheit strahler erst mal das bier ein paar mal gedreht kalte bier aus dem schuppen machten die nicht ihr habt doch ein weg es kalt sein schön hand war hier muss irgendwie so fünf grad haben oder sechs perl dort richtig also ich habe ihn fast voll ich putze hier noch ein bisschen in die egge die egge muss nur noch bis da sich schämen so so willst du denn jetzt für grads extra ein silo und hier hinten ist ja auch noch hier hinten ist ja auch noch ich habe schon einmal leer gemacht ja ja da kannst du auch gut schlafen wasser kochereien die borde reingehängt als deko schönen hansen rum 3 schluck und ser henry machte rückwärts zack aber setz dich vorher auf die couch schämen tut das nicht so weh du warst doch sogar kann rumbus und was er darf in der rüber ja genau hier haben wir nicht ein bauern im lader sitzt so wir wollen mal gucken wir wollen gleich als erste rechts links geradeaus mitte wo schon was drin ist ja geradeaus nicht schick christian moin na ein schick die kann fahren moin christian wenn dafür guck schick 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 einmal muss ich noch alles gut ich hole mich hier rüber dann wird es jetzt auf doch noch nicht da reingehe ich da kommt aber was runter wo ist ein träger gelassen verkauft seitdem wir den träger darauf haben war ich wieder diese probleme dass ich nur am rutschen bin dass die karre nur noch 70 fährt und seine pisse vorher hatte ich die probleme nicht mehr seitdem wir die map bewechselt haben und jetzt habe ich will er dieses problem also ich habe gar nichts einmal frei ich habe dabei jetzt aber auch der trecker nur rutschen Na, der Bauer kann aber bauen. Ui 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 ui. Logi, du hast doch ne Wiese, ne? Ja. Bestimmt. Nur mal so. Ich wollte nur mal gucken. Ja, alles gut. Ich bin mir so angedacht. Hier steht ein in der Luft Steher Stefan. Der kann in der Luft stehen. So, jetzt muss ich kurz Orientierung finden. Hey. 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 Jetzt noch ne Wiese gehabt hier, ne? Die zwei noch, ne? Nein, ich mein... Die Wiese ist ja noch ein bisschen größer, ne? Ne, das andere ist deins. Oder gehört jemand anderen. Jetzt nicht mehr mit meins. Daneben der Baustelle da? Ne, da ist ich getrennt. Achso. Ja. 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 Amen. Yo, yo. What the hell is that? What? Stefan is away. The full list is here. Okay. Wir brauchen uns hier oben beim Bauer 50 cent. Die ganze Zeit ist er normal gefahren. Jetzt glaube ich auch. Erst wo ich zum Bauern zu einem Fahrt bin. Also, das ist ein Fahrrad, was ich verstehe? Also, das ist ein Fahrrad. Ich schau einmal nach Sheila aus. Der ganze Zeit der Jahre bis heute wiederum. Der fahrrad ist ein Fahrrad. Ich habe es nicht über. Ich habe dann die Fahrrad aus. Danke. So, pick up unten, Stefan. Moin Dirk, wie geht's dir? Moin Dirk, Moin. Seele's Moin. Hashtag Janiklas 2002. Hashtag Janiklas, wow! Danke! ja keine nummer bürgermeister 9 marlon ja mahlzeiten mensch danke für den rate danke danke und alles fit bei euch ja lasst gerne mal einen daumen da wenn es euch gefällt gerne auf was anderes jo da gedanke ja wir sind später noch im mais also muss man erst mal das gras weg rollen und dann danke für den daumen und abo bürgermeister wenn du auf öffentlich stehen hast dann tanz ja auch der hase du kannst ja schon mal den juli an die glas denn bis zum nächsten morgen und danke ich habe das alles sagen ich lasse ich lieber nicht das ding G'mon, ich spieg' zu hier an! Uha! Das Bougier war großartig! was großes vor ich sehe gerade so ein bisschen weiß ein bisschen ist gut ihr habt gedacht ich kann das vielleicht auch mal so ein bisschen weiß deine 14 ist auch nicht gerade ohne so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 halb hoch naja ich lasse ihn aber einfach gedrückt also keine angst andersrum der kaffee und fahrt mann Oh mein Gott. Oh. Ah, ich habe ein Personal. Ja, bloß unser Meister. Ich weiß auch schon mal, oder? Ja. Oh, Mann. Und jetzt ist das bei der Tänke. Ganz an der Tänke. Sind das Tieransuchgeräte voll drin oder? Hm... Ich weiß, warum ich das Spiel suche. Na? Große. Da kommt er. So. Du sitzt hier mitten durch, oder wie geht das jetzt hier? Ne, neben mir fahren bitte. Und dann einmal ausruhen. Ah. Immer ausruhen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Sehen. Ui. Ja. Du fangst mal. Nein. So. Jetzt hat sie wir. Kommen sie Radiodoman. Okay. Ich muss so ein bisschen so fahren. Alles gut. Vielleicht kommen die Bäume wieder. Ja. 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 Okay. Ist noch so ein bisschen mit der Handschiebauer. Nein. Ja. 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 Oh, boah. Was macht das? Ja. Ja. Komm gerade hier Ja Na gut Oh, halb voll Bist du? Mhm Oha Ohja So ne Haken kann ich nicht fahren, Bauer So ne Haken kann ich nicht fahren, Bauer So ne Kastle Haken schlagen, äh? Ist doch hier n Hase Ja Ich weiß ja immer, was er für Haken schlagen kann, da wär keiner ja auch noch Dreh und Dreh und Gas gehen kann Bauer, Läufe aber doch 18 kmh Das geht voran Und dann Alter Bauer, du musst lenken Ich mein, ich kann bitte mit lenken, aber Du musst bitte gegen anhalten Alter Schwede Boah, das schafft Das schafft Das schafft Du musst auch nicht bremsen, ne? Oh, bescheid, aber du bremsst Du bist abgedriftet, deswegen hab ich gedacht Nimm mich nochmal Ah Hey So Wadde, 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 wadde Ich muss jetzt mal seine Haken raus Oh Ah Hier ist einmal Platz So, 98 99 Voll Okay Das hätte überhaupt eh mal rumgekommen Nein, das sind wir nicht Zur Hälfte vielleicht Mal drei Viertel rum, noch nicht mal drei Viertel rum Alter Das ist Stefans Hof hier Lange nicht Nicht mal zur Hälfte Ich bin knapp drei Viertel rumgekommen, wenn überhaupt Nee Gefühl nicht Na, das wird doch wohl eine Nacktschicht heute Eine Nacktschicht? Die sind nach den Hunderttausender waren Und nicht mal zur Hälfte rumgekommen Fehlt das nicht so gut Okay Aber wie hat man das so gut? Nee, ich hab ja Und so Aber Bauer, ich glaub dein Silo wird voll Ja, aber wir machen so lange, bis beide voll sind Und dann fangen wir mal da Den rest heutigen Töcher durch Krieg alle bis nach Naja, bis zur Bede Silos voll machen Ja, bis beide voll sind Und den Rest hau ich den heutigen Töcher durch Dann fährst du aber noch ne Weile bis zur Bede Silos voll hast Ja Ja, bis beide voll sind Und den Rest hau ich den heutigen Töcher durch Wenn ich mir dabei gewicht werde Dann fährst du aber noch ne Weile bis zur Bede Silos voll hast Ja, bis bald Ich hab mal einen Loot gekriegt hier heute Ja German... Lucis Lucis Wo moin? Diese... Diese... Die Mama hat mit Kandy Herzlich willkommen Hm Ja Moin 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 Hallo Uuuuch Gitte Hüe Ach Das ist natürlich blöd, wenn ich aus der Küche hier Und den Telefon mit dem Bistro unter der Küche lassen Das ist natürlich schlecht Aber das schafft nur einer Ne? Oh Wie nirgj? 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 nur kommen sie beide eingeschissen da kommt ein loot rein ist bestimmt vom bauern ich muss es einmal kurz lichtermachen die fliegel die fliegel die fliegel die fliegel der kommt von der andere Richtung der kommt von meinem Hof raus da oben die Straße rumgefahren da drückelt man einfach so hier bei mir bei dir hoch? bei mir hoch jetzt nicht mehr na der gespeichert eben da kommen wir noch da haben wir noch eine Autofahrung gemacht ja ne ist klar hauze greif an die hier durchs Twitter ist ein wieder den langen Weg wir lernen das auch nicht ne 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 da war ich erst schneller und bin auch oben rumgefahren da seid ihr noch nicht rum? ja du wie ne wir sind dann Händler kommt hier rum ne sind hängen ne ja du bist doch einfach wie kommen wir hin ja ich hab erst 25% das wird das wird das wird gut ich sag mal Prost 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 so seid ihr gerade angefangen so 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 sie sie Boah, hast du mich soffn oder leid? Wir fehlen... Ah, wie? Wir fehlen der Klaren Köhn hier. Meine Fresse. Wie war es drin, Stefan? Wie war es drin? Wie war es drin? hallo robert moin ich will von der wüste sprechen das kam mir nicht weit moin robert 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 jetzt Alles gut. Und dir, Robert? Jo. Robert. Alles schick. Was ist mit dir? Hast du Zeit oder was? Mais fahren. Dein Mais ist auch schon fassreif. Ah, okay. Alles gut, Robert. Mach wie denkst du. Dein Lieblingssport ist Mais-Transport. Ja. Sehr schön. Ach so, wir sind ja beim Bauern, ne? Fährt mir grad was ein. Besser er ist. Ja. Sicherheitshalber. Ich hab eh bald keine Reifen mehr. So weiter geht hier. Ich hab gleich mit abgehexelt. So, ich sag mal so, Bauer. 80? Wa? Alter. 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 Kommen wir sie noch nicht mehr hoch. Das werde ich auch heben. Den mach das andere voll. Stefan, willst du sonst da bauen und dann, äh... Ja, weiß ich nicht. Das sonst durchschieben oder was? Und dann... Rückwärts rein oder was? Weißt du wie er meint? Ach du anst das nicht, jetzt kann ich nicht sagen. Moin Mike! Moin Mike! Jetzt sagt nicht, da kommt der nächste Raid hier. Der kommt der nächste, der nächste angeschissen. Kein Scheiß Leute jetzt. Hashtag LS Arena. Mike, alles klar bei dir? Jo. Albi. Mein Albi. Kein Lundbagger. Nachricht zurückgezogen. Oh, einmal im Personal. Ne, ne? Leute! Mann! Moin Maren! Hi Maren! Moin! Jetzt muss ich mal gucken, wie lang passiert hier wieder. Joa, das schicki. Oh, ein schick. Na? Wird ein Mais juckeln. Muss einem das gut gehen. Boah, kann ich zumal noch was bei euch ist aber auch alles schick, ne? Joa. Albi, alte Hürde. Ohne Fenster, ohne Dach. Mit Keller trocken. Und jetzt auch Blutmache. Wie geht's? Wie geht's Leonie? Und Maren, wie geht's den Hunden, Kindern? Mann und... Na. Und so? Albi, danke für deinen Raid, ne? Auf jeden Fall. Das war schon Raid Nummer zwei heute. Ähm. Heute hab ich das aber hier echt... Oh, der Bauer ist auch hier. Wo wollt ihr beiden Süßen das denn hinhaben? Fahr mal hier nur zwei, Buggy. Hier nix mehr rein? Ja, mach, mach. Ja, mach, mach. Da kommt Loot. Und Loot. Das sieht auch noch rober Loot aus. Der Raid war von mir. Albi! Danke! Na. Der Lootmache. Ach. Albi, der Lootmache. Albi, der Lootmache. Der Lootmache. Ja. Drei. 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 Das war's eh, Bauer. Ja, wir sind auf. sehr gut kommen sie rauf kommen sie mit zu mal ich hoffe diesmal kriegt den richtigen weg zu fassen ich hoffe diesmal Vielen Dank. 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 Ja. Vielen Dank. Ja. Guck mal... Butcher! Moin Butcher, moin Harry. Moin Butcher, moin Eileen. Ja. Ja. Hallo. Ja. 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 so ich würde mal sagen müssen wir links machen wir erst mal eine Synchro sehr bescheid sagen hat er doch eben, könnte eine Synchro kommen also das habe ich mal ganz genau gehört so Leute ich sag mal Prost egal was ihr so habt Butcher Prost Kaffee Erwin schön dass da warst ne Jo Erwin Fistbar bist du da wir Tschö Erwin Du bist sehr sehr geil Super geil Ach Koppelzaun Mitleidung auf der Erde André Moin No 1 fit Moin André Moin Da kommt ein Loot rein Loot Nummer 2 vom Bauern Dankeschön für deinen Loot Läuft sag du Das ist doch schön André Oha Ja ich wollte hier ein bisschen strammer ran weil hier sind auch noch so ein paar Lockers Ja Ich versuch die ja die ganze Zeit schon mit dem Frontlader aufzunehmen auszufüllen Natürlich auch nicht so Oh Nicht so einfach hier Alter Schwede Puh 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 Ich habe einen tollen Wagen habe ich noch Ja noch Ja noch Wird hart Das war auch eng hier beim Bohren ne Meine Güte du Kein Platz hier Eng und so ne Ich weiß Eng ist ein dehnbarer Begriff ne So ist es Ich wollte es grad nicht so sagen Oh Herr Ich hab mal alleine geflogen Ja Eng und dehnbar Wolltest du nicht mehr die Ladewahl kommen? Ach egal was ich jetzt Ich hab das gegriffen was ich jetzt am schwätzen hatte Hahahaha Hahahaha Bauer wo Das muss ich jetzt nicht verstehen Auch noch gut Was denn? Nisht Oh Oh Gleich so aggressiv Hahahaha Ne Das Umgeladenrohr hängt bei mir wieder sonst irgendwo Was macht die Herrengrippe Robert Weg Naja sie ist fast weg Das ist doch schön Andere sah der wieder rum Oh Ob ich den weh ich heute noch drauf habe Dann sind wir fertig Ja Hahahaha Oh die Scheiße Wir hätten den Stream dann so in die Karotentropel und vorgegangen Ja Allen voran Obwohl meist Party reicht nochmal Hahahaha Weil auf Partys gibt's was zu trinken War schon immer so ne Frage ist immer Was es zu trinken gibt Mr. Novie Ah Wieder verkehrt Hier Ich hab keine UKFs machen heute Aber Naja so seht ihr auch mal was von Deadmarschen ne Hier laufen Leute Hier laufen Leute Hier gehen Leute Sehr vervoll sein Halt nur Boah Nur am Saufen hier ne Kann man ja angehen Alter Na 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 Bauer hat Tag der offenen Ne Tag der offenen Platz oder was Ne Tag des offenen Kellers Bauer Wo stehst du denn ungefähr Wo wir halt gefangen sind oder Äh ja Am Ende Mitte Mittel Naja Ich fahr mal ein bisschen auf der Silo Mauer dann Dachte mir da kann man auch Mauer ein bisschen mit Geht? Und geht? Na ja Ha 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 Wer ist da rum? Böller ist da so im Weg Ich hab ja diesen Fall Kreisverkehr hier hingeklatscht. Blöder Kreisverkehr. Hör doch einfach hin zu den Kreisverkehr hin, kannst du selber noch rausfahren. Ich bin drüber gefahren. Irgendwie findet er den Anhänger nicht so gut, oder? Bei mir war das Überladerohr, hat die ganze Zeit nach vorne gerotzt. Bravo Stars, hi! Wissen nicht Timo? Ach, da ist der Bauer. Vom Bild her? Timo der Rapper. Ja, mein ich doch. Denkst ja auch immer neue Namen aus, ne? Was? War zu spät? Super. Schlimm, ne? Schlimm. Irgendwie... Boah, ich fahr ja grad völlig verkehrt. Noch einer, der verkehrt fährt. Ich bin nicht der einzige, der verkehrt fährt. Ich hätt' der Feldsitz noch weiterfahren müssen. Boah, du fehl. Na, mein zweiter Sorte heute. Den Hexler, wo's den gibt? Boah. Im Internet drinne. Glaub ich. LS betraut. LS-Porter, wollte gerade sagen. Und zwar erst seit ein, zwei Tagen. Also... Ja. Ich muss mal hier googeln. Und dann... Wie heißt so'n Ding? Warte mal. Ähm... Lagotech, äh... Ferdinand Max 5. Ja, genau. Ferdinand Max 5. Man soll's nicht glauben, aber langsam sieht das Ding aus wie ein Silo. Ja. Das steigen wir mal zehn Minuten da rauf, und dann... Rechts, links... Du bist sehr, sehr geil. Supergeil. Ja, Jürgen, du auch. Ja, du auch. Oh, du bist hin. Oh ja. Du bist ja schon wieder oben, immer weg. Ich will selber dessen, weil ich mich schwenken. Ja, der hat nur einen kurzen Trigger auf dem Anhänger. Ja. Wenn du dem nicht bleibst, dann... Komm mal... Hinter mir. Danke schön. Ja, ich mach hier die Schiebung. Hui. Ich bin für die Schiebung. Wir stehen aber durch. Ach so. Ja. Das ist eine Gerade draus machen, ja? Ja. Ja, oder ich muss so fahren. Wie geht das? Ich schieb nicht mehr. Nee, das geht nicht mehr. Ich schieb nicht mehr. Kommt nicht mehr. Kommt nicht mehr. Ja, genau. Aber Gefühl! Wachter! Wachter! Smoky! Mit Gefühl! Jetzt mach mal den Peter! Haha! 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 Ja, so als gelernter Grobschmied ist dazu. Haha! Ja! Kennt ihr, ne? Den Ausdruck, Grobschmied? Ja. Och, noch ein Maisfeld. Das ist Feld 17. Oh Gott, Gott. Ja, das hat mir Geholt angebaut. Nee, das ist Feld 13. Feld 17 meinte ich. Du hast Feld 17. Ja. Also aber Feld 13 ist auch eher drauf, oder? Ja. Die sich mit zurück. Ist das ein frohe Junge? Der hat Ahnung von seiner Botschaft, ey. Ey. Das ist für mich gleich. Sicher. Ne? Der guckt über Framtenfeld an. Ich, ich, ich kenn nur meinen, meinen Wald da oben. Aha. Steht vor dem Wald überhaupt noch irgendwas? Ja. Ho! Ohne Ende. Aha. Das sind, das ist ja nicht mal ein Drittel, was davon weg ist. Da hab ich meinen Hof zwischengeknotet. Also. Na, das will ich sicher. Ja. Na? Ist er voll? Jo. Geh mal zuhause. Ich komm nen Trecker vorbei. Kaffee trinken. Darum mal auf Zellen wieder steigen. Ich hab was ja immer... Jack hat sich was fahren. Ja. Ja. Das kann er gut. Gar nicht gut. Hehehe. Hehehe. For Reminder. Hehehe. 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 Da kommt ein Robot. Ein Robot. Achso. Was ist denn da? Er fällt hinter mir. Hehehe. Hehehe. Ja. So ist das. So ist das. Lass doch mal die Karte anmachen und mich auch richtig fahren. Hehehe. Hehehe. Robert wenn nicht lass doch nächste Runde deinen IT-Warner hier beim Bauer stehen. Ich hab ja auch noch so nen Enger wie Mucki dran halt. Naja, ich hab meinen hier beim Dings zu stehen. Mhm. Hehehe. Ei, Katter wird als Notfall gespannen mit hochgebracht. Bauer, du hast nen neuen Namen, hast's gehört? Hehehe. Dings. Hehehe. Dings. Hehehe. Beim Bauerndings bombstyle mit. Na, war schon. Hehehe. Kartoffel und so. Hehehehe. Hehehe. 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 irgendwo ist es hier eine collie eine hauswand oder so ich habe es hier ich habe es hier ich habe es hier ich habe es hier muss man schon der sonntag sein schön freitag sein kann ich muss muss man ersatzteil muss du mal in whatsapp stories reingucken dafür mein stemmhammer ich habe jetzt endlich mal erfolgreich auseinanderbekommen getriebe schauen wird zu schauen das ersatzteil kostet bisher 112 euro und neuer kostet 500 euro es war zwar so ein leichter krampf diesen komischen sprengring und darunter zu kriegen aber ich habe dann erfolgreich einmal runterbekommen muss der es den ganzen kopf auseinander nehmen nur die abdeckung abzukriegen meine anhänger von der sache her gut abladen ist ja irgendwie scheiße scheiß baum kenn sie das ist nicht mein grundstück das ist nicht so schön mit der karafelle Willst du dir sonst, äh, oh ne, bringt vielleicht nix, ne, mein IAC? Stefan? Nein, das bringt nix. Gut. So, oh, 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 Robert, Robert. Ja, fahr, 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 komm. Fahr, 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 komm. Ich hab nur vorgewacht. Da kommt n' Loot. Auch nicht von mir. Naja, dat stinkt, der Blut. Ah, steck mal, stink mal Kartoffel. Oh, versteck die Kartoffel zwischen. Nummer drei, vom Buan. Dankeschön. Der kann Loot schicken, oder? Hat Robert bestimmt extra gemacht. Erstmal den Buan vortritt gelassen, dass er dann auch mal vorne ist. Oh, das schau ich nicht, oder? Robert, wenn ich kippe, im zweiten Silo ab. Warte doch mal. Ach, ach, der muss erst mal ein Loot schicken, okay. Das ist wild. Ne, hier kommst du nicht mehr hoch. Warte, ich schieb dich hoch. Das Zeug ist zu weich. Ich drehe bloß am Rad. Ich drehe du ab zeiger. Mm, 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 mm. Dankeschön. Sorry, Leute. Staya hat etwas an dem Radlader kaputt. Das ist ja nicht einer. Ich auch. Bauer sein Radlader, Bauer sein Silo Kann man zu Schrott fahren also Alles Bauer sein Kram hier Bauer sein Kram hier Von Bauer er nehmt Töne 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 So, jetzt zeig ich mir die Nummer, das ist es. Soll ich zurückkommen? Jetzt geht, ne? Power? Schauen wir mal, wie es da vorne anläuft auf sich. So, wieder zurück, oder? Ja. So, wieder zurück. So, jetzt geht's, was? Ich habe sie eingependelt. Fußgänger, wir gehen weg, du wirst aber fahren. Jack, hier ist Ravilla voll. Fußgänger. Oh. 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 Bauer zeigt die Füße. Oh, schon wieder Stiefelrand. Ne, schnell weg hier. Hier stinkt man Käse. Ich bin noch kein Märeschaf, Bauer. Steht in die Krücke, da heißt es noch. Oh, ich fahre mit den Rängern vor, zu Schrott. Ich hörs. Schon wieder ein Baum. Ich hab's nicht wollen mehr. BAUM! 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 88? Nein, ich bin noch 30. Ich bin noch nicht. Ja, ja. Na, 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 na. OHA! Dann? 98. 99. Full! Juhu. Tankseile müsst ihr auch mal lutschen, Traum. Ach, echt noch. Nur am lutschen. Alter Lutscher! Werner alter Lutscher! Ach ne, alter Wichser! Sogar ich 10! Der kommt schon wieder auf Zufel irgendwie weg! Wo war das auf Kuschelkurs? Der kriegt Kuschel? Boah, der fährt an deinem Säbel! Oder an dein Rohr will er! Der fährt Matze vor dir! Wie soll denn Matze jetzt sagen in deiner Flöte spielen? Wie? Ich weiß mal, kommen die komischen Gedanken schon oder? Das hat eigentlich immer alles zu tun, ne? Könnte sein, dass da nen Loot kommt! Loot Nummer 2 von Robert! Dankeschön! Was soll ich dazu weiter sagen? Ja! Das ist gut! Na, stell mal wo hin? Oben rauf? Oben rauf, ja! Versuch mal! Nein, mach nen Hochschieber! Ich kann... Soll ich den sonst komplett in der Mitte hinkippen? Kannst du mal... Also... Komplett hinkippen, versuchen... Also... Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet! Genau! Ich glaub wir sind in der Höhe fast am Ende! Ich glaub auch! Ja, hast du grad den Eindruck! Wenn er irgendwie... ...gar nichts mehr raus... ...machen möchte! Das ist natürlich ein bisschen doof! Lass mich nochmal ein Stück zurück! Oh! Aber verlengt... Verlengt halt an sich! Achtzig Prozent! Hiiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Komm weiter 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 F10 95 Ach fahr vor Und voll Ich geh nicht mal mehr mit dem Rasslader hoch Warte, ich drück dich gleich da hoch Ich mach ihn nur noch leer hier jetzt irgendwie Ach, ist er doch hoch Aber gut Ja, ich hab mich dann irgendwie hochgequält Wie ist da eigentlich drin, das interessiert mich jetzt mal Robert, Plan B Welcome back, Christian Nicht vorne in der Zufahrt, sondern Wie, Christian? Hinten, wo der Biogas ist Einfach unten vor dem Kopf abkippen Okay Dann mach ich jetzt hier, zieh gleich die Deckschicht drin und dann Weil die muss ich jetzt eh mit dem Rasslader drin fahren Die Deckschicht Ach, du kommst mit dem großen Wagen Ah, den musst du aber nicht komplett abkippen Ah, Leier mal was ab Ich schieb den so weit wie möglich Rinden da hinten Da kommst du bloß nicht weiter Will ich auch nicht Will ich euch nicht Oh, machst du jetzt aus? Warte doch mal ab Ui, kommst du Boah, Power Schallenge Ne, da sollst du nicht hin Das ist für den Dingsbussteil da Ich zermonell versorgte Dinger da unten ja mal Hör auf, ich hatte die Dinger schon Oh, ich hatte die Dinger schon Ne, ich hatte die Dinger schon Ich hatte die Dinger schon Ich hab jetzt raus Ich hab jetzt nur 21% hinten drin Ah, die kannst du nur Dalla ja Also von Samonell braucht mir keiner was erzählen Versorgte Milch getrunken oder was? Ne, Eier Wie? Aber gekochte Eier Ich hatte sie 6 Wochen Wer läuft wo rum? Du stehst am, äh, beim, äh, Bauern aufm, Hof, am Silo und läufst da herum Im Standbild Okay Halt Immer noch? Wüsste ich nicht, ich bin ja weg Ne, du bist weg Du bist weg, Klassiker Einmal aussteigen, einsteigen, alles Ja, normal Au, Samonell wünsche ich niemandem Schlimmsten, Ernst, Erksfeind danach Ja Hast du richtig weg von, ne? Ja Aber sowas von Hast keine Nummer Witz, witz nur schlafen Tierische Mahnkrempel Kommt aus allen Körperöffnungen Doch Gehst, witz, stehst, brühst auf Denkst an die Stimme, es kommt von unten Ohne oben Mit einem Schlack Bauerjuppe geht Wie fahr ich denn jetzt? Das war ja völlig verkehrt Wie fahr bei Stefan Wie fahr bei Stefan vorbei? Oh Mann Äh Ich wäre dafür, dass wir erstmal das Ene Silo komplett jetzt zumachen Sonst haben wir nachher zu viel Entarbeiten Mach wie du denkst Ja, ne Das war das hier mal schnell zu zweit machen Das war mein Plan Achso Ja, gleich zuvor Kann ich dir gleich helfen, oder was? Oh Wenn du willst Ich bin ja eh gleich da Ich bin ja eh gleich da Ich bin ja eh gleich da Wenn ich mich wieder verfahren Ich bin ja eh 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 Wenn nicht Was ist es? Jetzt sind wir nach 10 Okay, machen wir schon Warte, ich muss noch mal ein Stück zurück. Hallo? Ein wenig. Komm mal zurück. Das fehlt eigentlich. Das ist ein Hund. Das ist müde will ich mir. Ich will schlafen gehen. Ich werde es verlegen. Nü aber. Na nü, na nü, oder was? Sehr schön. Sehr schön. Hehehehe. Hoi Muggi. Na, jetzt. Danke für Loot Nummer 3. Robert? Bitteschön. Ein bisschen fest haben. Ja. Guck. Ja. 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 die du wacier du wacier du wong Ist das schon wieder los? 1,2,3 Bogen schick da drin Herr Mucki kriegt gleich eine mit der Keller Eine eine mit dem Schüttel Ist ja so wie Herr Mucki schon wieder verkehrt gefahren hat Na ja oh Na ja so gesehen? Sag mal was? hoch und geradeaus jetzt mach mal hin ich warte kurz ich fange jetzt erstmal von vorne an und arbeite mich jetzt nach hinten durch damit ich erstmal in der seite bin jetzt bei 60 prozent ich glaube der herr bauer hat gleich mal eine kurze pause das ist schön auf jeden Fall alles ist gut man kann dann irgendwie sein viertes Lied losschicken der kann die Gedanken lesen ach mein Dreck arbeit schon wieder kuscheln aber diese anehrung ist das ruhig hier hallo ja ich merke schon aber jetzt ja genau so Henry du hast es eckert ja willkommen come back Timo äh war hier nicht vorne und vorne war da dran steht hier hinten mit MB-Trad ach so 90 hallo thomas 18 moin thomas 18 voll ja sauferei am arbeitsplatz wer sauferei am arbeitsplatz wer was wenn man diese schluck spechte ha 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 einfach gut wenn der Donuts wird das einfach gut ich liebe schlippen ich liebe Alter Alter, was schlägt der denn für Haken hier? Da vorne ist irgendwie leer, oder? Na ja, hier ist man. Also hier lädt er noch was ab, ein bisschen. Ich hab gerade einen Bitten. Sonst könnte ich ihn in seine Gruppe haben hier, oder so. Ich komm dann mal mit runter, ne Stefan? Du hast gezogen. Wurde mit eingehakt, quasi. Ihr macht Dinge. In den Limbo, du, Limbo, da, everybody has to do gems. Clap your hands and party time. Du, Limbo, dance. Hatten wir hier gemacht. Wurde in Sido 2 gleich abkippen? Ja, das ist auf jeden Fall da. Ja. Loot Nummer 4 vom Buan. Der kann ja looten. Ja. Klar, jetzt haben wir noch Zeit dazu. Hat er? Hat er, ja. Brrr, 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 brrr. Äh? Was ist das denn, Andy? Bleib du da oben! Boah! Schön, ja. Ging nicht. Es sieht aus, als ob du es gerade von hinten dran machen. Diese Infos. Sieht irgendwie versaut aus. Stefan, der alte Ladyboy. Der Gauer lässt sich hier gar nicht auf dem Hof sehen, wa? Nö. Nö. Wozu? Wurde er sich sagen. Ja, könnt ihr doch schon mal Schüppel und Besen nehmen und hier ein bisschen ran fegen. Mal ein bisschen zusammenkehren. Zum Zudenken, komm, oder so. Ja, Power ist mal da. Mal da, was ist das denn? Äh, Dirk, gute Nacht und, äh, ja, dann schlaf gut. Und, ja, wir horchen, ne? Oh, Mucki, mach zu, das Ding. Fahr das hier bloß alles noch runter. Äh, ich kann grad nicht. Ich kann nur hundert Prozent. Was denn? Ja, da muss oben Mucki noch ein bisschen rumfahren. Ja, das ist gut. Das... Nöööööö. Da muss einer in den Träger einsteigen. Ich bin grad unterwegs. Ja, warte. Ja, das ist gut. Eine Minute bin ich da, ungefähr. Da muss man mal versuchen, den Rest zu weit, wie möglich, hier unten wegzukratzen. Ja. Ja. Wie viel haben wir... Ah, es ist nicht geguckt, war. Aber 1,2 Millionen haben wir noch bestimmt drin gehabt. Ja, wuff. Du kannst aber auch, bevor wir hier raufgehen, dann zweiteres so trotzdem waren. Was ist das für eine Pfeife jetzt hier? Ach, leck mich. Ja? Guck dir mal, ich schaff jetzt in den zweiten Silo an. Oh, nee. Cool. Hab ich das verkehrt gemacht oder wat? Nein, 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 nein. Oder das wird die Silo jetzt mit zugedeckt. Ach du scheiße, haha, ja. Hat durchgepackt jetzt die Silo. Woja. Sind das zwei einzelne Silos oder ein Doppelter? Nein, ein Doppelter. Ach du meinst, das nicht. Wir müssen jetzt höchstens versuchen, da drüber zu desilieren. Ja. Das muss da irgendwie doch lassen. Das andere bleibt im Zweiz. Oder im zweiten Silo, warum? Irgendwo anders? Nee, wir desilieren einfach weiter. Was war denn das für ein Silo? Standard oder? Äh, glaube ich. Oh, ich kann mal gucken. Oh, man sollte da doch gehen, oder nicht? Das ist ja blöd. Da sind wir einfach drüber, glaube ich. Ich würde es jetzt machen. Oh, Stönder-Dubbel-Silo. Oh, man sollte ja doch nicht durchlaufen. Oder kam das jetzt, weil im zweiten schon was drinnen lag? Wahrscheinlich. Ja, weil deswegen hat er der zweite nicht mehr zuzudecken. Das ist ja genau wie hier in der Außenkarte, das kriegst du nicht mehr weg. Weil ich mich verstehe. Sehr. Sehr komisch. Ich wusste, dass Mucki jetzt nicht mehr zieht. Entschuldigung, dass ich ein bisschen helfen wollte. Ja. Ja. Ja, gut. Jetzt wird der Bauer kuscheln. Lass mich auch mal kuscheln. Katastrophe. Bauer ist ein kleiner Kuscheln. Du musst öffnen, Du kannst es eher berühren. Kannst du auf? Ja, doch. Du musst noch besser gehen. Ja, nicht bezig. ich bin das ist das ist das ist das ist das das ist das ist das ist das ist das ist das fahr mehr in den mb tragen am anderem ende vom silo na klar mit laufendem motor logisch der ist auch noch voll der ist auch noch voll der ist auch noch voll ja mogi könnte man halt könnte es mal machen, hab schon 45% bräuchten Badmanns wird einen Abfahrer hier ja ich geh erstmal ich geh erstmal in den raufen ich geh erstmal in den raufen ich geh erstmal in den raufen mach das und dampf das äh das ist ja die reinste Katastrophe heute kennst du uns anders? ja ja eigentlich schon also dass Mucki so verpeilt ist äh hab ich auch noch nie erlebt fremdes Terrain hier ja klar ich merk schon aber das ist immer wenn dieser komische Anhänger hinter meinem Trecker ist ist das immer so ja ja du hast du hast für alles eine passende Ausrede oder? für alles nein aber das ist doch so ja ich bin jetzt bei 88% oh hä also auf Kranstrecken kann man auf Vollgas gehen mach da mach da ich geh vollgas ja man siehts den Baum drum rum rum Junge ja muss gerade lieber machen so vor Ort ja alles gut schreit mal erstmal Den Kopf an Kopf zwischen Robert und Bauer Wie dieser blöde Dachs jetzt noch gewesen wäre Naja, sind doch gefinstert draußen und sie hat halb 10 Dann hätte ich jetzt einen Hör gehabt Voll Kann ich wenigstens mal gucken, wie welche auf dem Feld sind Oh, genau so Da kannst du ja noch 10 Silos mit voll machen Nein, wenn voll ist hin, dann können wir auch mal über dir weiter Obwohl, ihr habt ja doch schon die ganzen Teile hier rissen die Hosen Ja Das wollen wir nicht vergessen, Stefan, dass die beiden Gräsfelder ja auch noch mit drin Ja, dann wäre gut Blut 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 aber warum nicht so weit können wir jetzt gar nicht verstehen das ist abgelauscht Kursen die Bezüglichkeit ich bin aber auch aber auch nicht kursiert Ja, ich kann es hören. Ist so. Oh, was ist hier los? Was ist mit deinem Rohr? Ist so oder was? Mein Rohr will nicht. Der und sein Rohr, ey. Oh, nichts mehr vorbei. Jetzt kommt er. Wie du schiebst. Jetzt kommt er auch noch. Diese Bilder haben kommt, Alter. Ich hab gerade löst. Ich glaube, ich muss gleich die Lösch-Taste drücken. Nein! Stehst du auf der Bremse oder was? Stehst du auf der Bremse oder was ist denn los? Der kann schieben. Alter! Voll eingeschlagen, ey. Alter, war ich Schnauze. Robert, wenn du mir den jetzt nochmal mit dich drin ziehen kannst. Ja, dude. Hörst du? War Tank leer oder was? Nee. Alter! nicht so. Nemaht. Was ist hier vor? Ostaas Lookło! Lass ihn die Sache. Rektors. Also. Ja! Der Rest wird bald geblasen. Ich bin direkt in die Hände. Nein! Das ist so. Nein. Nein, alles. So? Ja. Nein. Nein. So. So schön. So pass. Ja, das Rohr hat noch richtig so... ...ein Stück länger sein kann. Oh. Ja, kann der Bauern nur dazu sagen, wo es ein Grutzutrohr hat? Ja, ja. Buh, 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 buh. Ist halt nicht länger als es ist, ne? Eben. Wo man da ja nicht von Länge spricht. Ne, von so einem Stummel. Ist voll. Guck mal, gerade hier. Aha. Ist voll wie der. Ist wie beim Schwein, ne? Stummelschwänzchen. Nein. Nein. Man könnte auch vom Kringeln sprechen. Ich kriege ihn hier nicht immer fast. Guten Tag. Jetzt kriegst du eigentlich, ich kriege ihn. Und wieder mal ein Baum. Ach doch, Robert. Boogie, dein Fluch. Ich merke schon, der ist auf der Flucht. Kann er schon gesehen. Ja. Der schwankt auch so, du. Hab ich ja einen genommen zum Glück, ne? Ich will parkieren und blöschen. Wenn du auf Galerie gehst da oder so. Ist da eine Galerie, ja. Oder wie? Ich schülle einen Parken. Du hast abgeks attacked. Ich schülle einen Parken nach. Es wurde auch abgekündigt. Ich habe das Campus. Das heißt, du hast die Tape zum Glück. Frau, du hast die Tape. Du hast die Tape. Wann, du hast sie wüsst. Die Tape. Puh! 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 Ah, wiederholt. Puh! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Du hast aber früher mal einen anderen Namen gehabt, ja? Fette Katze, ey. Ja, Mahlzeit. Alles gut? Und zwar Rico Sandras. Ach, ja, alles klar. Wie kommt man denn auf Fette Katze? Oder hast du eine fette Katze? Kann nur sagen. Ach, ja. 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 Hey, Killer-Gott. Moin. Und Fabian Passler. Tag. Und danke fürs Like, Killer-Gott. Gruß an Marleen. Alles klar, fette Katze. Nein, für mich. Voll. Hier kann voll sein. Er ist voll, 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 laba, 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 voll. Er ist voll, oh, 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 er ist voll, oh, 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 oh. Da, Rico ist auf Trance. Ah, ich bin's wieder, als Rico. Yeah. Ja. My side. Fette Katze. Leute, wo denkt ihr euch die Namen aus, ey? Krass. Ne, Bauer? Oh. Oh. Er ist nur noch nicht sehen. Immer an dem Kreisverkehr, ne? Immer wieder scheiße mich das hier an. Machst du wieder OKF, oder wenn? Ah. Na, Robert, hast die Collie auch gefunden. Ja, hab ich. Ich weiß nicht, ich hab da auch immer das Problem. Da muss doch irgendwas sein. Ja. Vom Baum die Collie noch, oder so, versetzt. Könnte möglich sein. Irgend so was. Irgend so was. Ich bin. Wenn ich von Bauer schneller komme, dann bin ich in Richtung Richtung Richtung. Ja. Oh, da kommt noch ein Geflogen. Oh, du hast das so ein Zehen ausgeschossen. Soll ich mal Mittigwind kippen, oder? Du hast ja zu Recht hier in Gefahr. Passiert nichts mit dem Bauern. Mal gucken, was raus hast aus deinem Rohr. Was ist da los? Er füllt doch. Ich guck was raus. Ich hab erst 1.000 drauf. Ich hätte schon 10.000 drauf waren müssen. Dein Rohr hat auch. Warte, Rohr. Warte, Rohr. Warte, Rohr geht nicht gar nix an hier. Komm, kuscheln hier. Komm nicht der, ne? Komm, komm, komm. Jetzt kriegt ihr nichts mehr. Warte, 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 warte. Detlef, moin! Na alles? Tippie und Toppie und so? Morgen wieder ab 8.00 Uhr. War so, oder? Ja, hier, Bauer, ne? Der reißt wieder vor euch hin. Ich reiß, ne? Guck mal hier, was bleiert der Rob? Der braucht doch nur gerade Ausfahrt. Ich fahr doch gar nicht mehr. Du schießt die Fuß auch. So! Du musst aber mal ein bisschen lenken, Bauer. So ist gut. Sprit sparen, oder? Blink, Bauer. Blink! Warte doch. Alles gut. So, ich muss einmal umdrehen. Der kann nur umdrehen. Nee, du. Einmal mit Personal. Einmal, ey. Ja. Nur 5.00 Uhr. Ups. Warte. Warte. Ich glaub, die Seite geht besser. Oh, schau mal. Mein Gott, wie hat dieses Loch doch nicht gefahren. Ich glaub, mein Rad ist gerade fort. Kannst du sagen, ne? Was meinst du, Bauer? Lass, du. Nicht so einseitig. Was ist denn los? Ey! Irgendwas ist da kaputt, Bauer. Ey! Ey! Was ist denn? Was ist denn? Ich mach gar nichts. Bauer! Bauer! Dann seid wir jetzt hier, ey! Engel für nen Loot? Dann sind wir das nix. Ne! Becken wir das Arsch! Oh! Ey! Teig mal, ey. Teig mal, ey! Teig mal, Fohlar! Es war, dass du nicht auf der Gangenkampsch ist. weißt du? Zwei doofe Eingedanken, ey. Bauer weiß, ne? Doof kommt blöd, ne? Ne, in der Bühne kommt blöd. Aha. 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 Also müssen wir schon sehr müde sein, ne? Oh. Bleiben wir mal so. Bleiben wir so wach, ne? Wir verbrauchen demnächst erstmal neue Reifen. Das geht ja gar nicht. Was? Hat er dir deine Reifen zu Schrott gefahren? Er, er sich selber. Aha. Vor der Achse krumm gefahren. Also die ganze Karre zu Schrott gefahren. Ne. Ich glaub demnächst zieht mir Zwillingsreifen rauf, und dann kann er nicht mehr so dicht ran. Wieso? Wieso? Ich glaub du dir das schon nicht weißt. Hahaha. Boah, der hat einen langen... Erst kommt er mit seinem Bohr nicht weit genug. Hahaha. Und jetzt befüllt er schon den Wagen dahinter. Das kann doch nicht richtig sein. Hahaha. Hahaha. Wo war dein Abstand? Das krieg ich wirklich gar nicht voll. 300 Liter brauche ich noch. So, danke, tschüss. So, hau ab. Ach doch, was ihr wollt hier. Bis gleich mal. Wieder nichts? Nein. Guck mal, hast du hier gehoert? Ja, jetzt halt ich. Ja, so immer schön am Baunio. die löcher nicht zu wo die folie sind dann ist man Die zieht er jetzt bis oben so durch, vielleicht Genau Detlef, der ist auch wieder da Der Night Boat Sein Freund hilft er? Detlef sein Freund Der Night Boat Special Freund Nein, Bogen mit Schlaufen Ne Paddel links und Paddel rechts Paddel Ooooooh Hier Obacht Mh 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 Wir schieben jetzt die Wagen von hinten her von der Biogas rein, soweit wie geht Und dann Feuer frei abkippen Jupp Rückwärts Rückwärts drin drücken und dann soweit wie geht Kippen Machen wir Kippen wir da hoch Ich schätze mal drei bis vier Wagen noch Ah, da kannst du vorne noch weiter machen Rätten halt Feuer frei abkippen Da auf dem Haufen kippen oder die ganze Länge lang? Ja auf dem Haufen Nein auf dem Haufen Der Sachplan B Ja, ja Ja, ja Ja, ja Robert, du kannst aber den Rest der Welt auch häckseln ja? Da bin ich bei, sag ich ja noch 3 bis 4 Wagen Nein, du kannst in deinem Hofsilo auch Excel gut einhabern Ja Brauchst das nächste Mal gut rausfahren und rinke Ruber will auch neue Reifen haben Klar, will die alles vom Bauern bezahlt haben Ja, ich bin ja schon Ich hab gehört, der Bauer ist halt spendabel Ja, aus dem Keller rückt er nicht viel raus heute Ich kenne noch einen Anleitermin, da wird der Bauer halt spendabel Ja Oh, warum bist du auch immer so still? Ja auch, alles gut Konzentriere mich hier Ja, ja, ja Bereitet sich und seelisch drauf vor Ja, das hab ich schon Ja Das ist überschrubt immer noch Hallo 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 Moin Ja Dann Ja Das ist mein voll voll aber ich komme auch schon ja geschissen komm 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 ey komm 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 hallo hallo mische und hallo Lumpi am Telefon genau gib schön Vodka Vodka um, Vodka um, nach den Bauern richtig auf jetzt stehen sie später der kann setzen Pause, nur Pause machen also sind sie die Zermedes Fahrer Zermedes, ey wer kommt das, oder wie ist die sind die richtigen immer die Zermedes Alter, wird von euch jetzt so richtig schon wieder Katastrophe Katastrophe Genau, Sanry Genial Na klar, da muss ja Da kommt Bauer Tönt Nummer 5, danke schön Gutschön Nummer 5, lieb Maul Bauer und sein Kartoffel-Dön-Schnaps Ja Die Frage möchte ich dir jetzt nicht warten, Robert Musste auch nicht Also bei mir brauchen wir heute nicht mehr anfangen, weil es zu ächseln ist, ich hab gebockt ja nicht. Reicht, Alter. Wir haben ja nur 2,4 Millionen Ächselgut heute verursacht, wenn wir hier fertig sind. Habt ihr den Akkern noch nie, Ruder? Ne, noch nicht ganz. Ja, mein Raps, äh, mein Raps, ja. Meins ist bald. Dann hab ich ja nur gerne auf Reifen, um zu stoppen mit dem Raps. Trecker fahren, Trecker fahren, Trecker fahren. Meins ist auch bald reif. Robert hat auch noch was. Mir wird Körnermais gemacht. Lumpi! Einen wunderschönen Hallo. Jo, genau. Trotz dir ja in diese roten Beine. Sorry. Fall. Sagst du was? Mach Lumpi jetzt Multitasking oder was? Ja. Ja. Telefonieren und Chat schreiben Chat schreiben Und gucken Matze ist ja auch unterwegs Ja Da haben wir heute aber in jedem Fall weggeprüht Da bleibt aber nicht mehr viel rüber Da bleibt Wenn er überhaupt wird rüber Da bleibt Hier hin Also in dem Punkt ist das Ding hier richtig scheiße Kann aber auch sein, dass das Schneidwerk da viel zu breites Power Kann sagen, ja Du hast neun Meter Schneidwerk dran, wa? Ja Du hast neun Meter schnell weg dran Ja Ich hätte das jetzt mehr vielleicht nehmen müssen Ja Ey, ich hasse dieses Loch Wollen sie sich hier oben? Ne, ich stecke nur in deinem scheiß Silo fest Ja, warum fährst du denn auch immer auf diese Seite sind? Na kommst du endlich Danke noch Ich hab dich davon abgesehen, dass du vielleicht könntest Digi komm Na komm mein Schatz definitely Also Digi 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 Sus and Ja, wie das sagt er. Ich kicke nicht. 95. Das Restorat. Ja, klar steck ich. Oh. Nichts. Voll. Voll, war so wie du. Voll. Nix. Nix. Zazaz. Ich bin ja selber erst mal hochgehen, Robert. Immer gut. Schwing dich mal aus deinem Betrag. Komm mal zum Hof. Bis sofort. Na komm. Na zdrowie. Na zdrowie. Schwing dich mal aus deinem Betrag. Warte. Ich bin ja oft schon. Ich bin ja schon gelungen. Bill. Lumpi Wo hast du den MB-Trag? Hinten, am Hexler, am Umhexler So, ich gehe mal an den MB-Trag, kann man hier vorne herfahren und dann gehe ich mal hier am Berg hoch Ja Frau Lumpi, habe ich gesagt Ey, ich krieg die Krise Warte doch mal Ich muss bloß einen haben, der mich hochspielt Du wirst dann hier hochkommen War gut Ähm, Frage Danke Was macht ihr dann? Gruppensex Glutnummer 6 Danke Robert Dankeschön Ja, hier ist was los Lachen Grinsen Und weinen Genau Genau Okay, du wartest noch Ich warte Warte Alter, jetzt hänge ich hier schon Rolfes mit dem Ding Müsst du da, wir Ey, das gibt's doch nicht, oder? Warte Oh Oh shit Komm mal vor Gert? Ja Du musst aber nochmal rausfahren, ich muss erst mit dem Aufschieben Weil sonst kannst du da schlecht Aber Das ist ja eigentlich nicht, denke Das ist doch kein Meiner Boah, was machst du denn da jetzt? Bist du dir helfen Bist du dir helfen? Äh, ich stört aber gerade die Wand da hinten, die ich da schon hochgebaut habe Wir machen Silobau 2.0 So, mach mal Mach mal Mach mal Sag mal, ich hab mal ne Idee Hast ne Idee? Ich weiß nicht, ob das klappt, aber ich versuch mal Zuschauer gucken alle weg Geht nicht So rum jedenfalls Ich doch am Arsch hier mit diesem Scheiß verfickten Radlader-Ding Die letzte Grütze das Steig mal, aber das soll ich mal probieren Geht auch nicht Shit Lass dich von Robert Lass dich von Bauer auch sch- Ich weiß, was du vorhast Ich muss ein bisschen Anlauf holen Bisschen andere Kameraeinstellungen Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ach Bauern, was treibst du denn da Bauer? Ach du Scheiße Oh Ups Warte, 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 warte So, jetzt kann ich schieben Warte, warte, warte Innen mal schieben Ja, ich schub Hier, oder Einfach drücken Was drücken Ja Verkehr drum drauf Ja Wenn es da jetzt abkippst, dann haben wir auch nicht Das ist auch nicht Okay Ja Sonst kann man da mal durchfahren Hier nur nicht Komisch Ja Ja Ja, ich bin guter Puck Ja Ja Das war der Haxe gleich abgeschmiert Bauer schieben Oh Mann Oh Mann Oh, das ist ja was Schieben, schieben, schieben Schieben Na warte, noch mal Ich darf verknüpfen. So sieht man nicht alle Tage. So, wieder geile Frage. Wie jetzt? Bauer, hier sollst du nicht mehr hochfahren. Stefan, kommst du da noch ein Stück ran? Nee, ne? Was, bei dir? Ja. Wenn du den Anhänger hinten so ein ganz Lütten mit hoch hältst, kann ich noch ein Stück zurückfahren. Weißt, wie ich mein? Ja, warte mal. Da vorne. Oder ich muss noch mal vor und ein Stück drüber weiter. Also zu dir weiter. Das Problem ist, der Radlader hängt so schnell mit dem Mitteldifferential aus. Jetzt bin ich leider zu weit gefahren. Ah. Da geht nichts mehr. Warte mal, ich muss noch wieder ein bisschen weiter rüber, da geht es auch nicht. Da geht es noch nicht. Da geht es noch einmal. Da geht es noch weiter. Sollen wir? Welch Diage! Ich weiß nicht, dass Robert und Bauer schon mal... Ich weiß nicht. Dann wollen wir das mal tun. Also von vorne aber raus, Stefan. Nicht ermasselt. So? Ich weiß nicht, wenn du von vorne hier noch was voll machst, dann wird das drin. Wenn du hier noch einen Berg machst. Ich nehme die Karte rein. Ich nehme die Karte rein. Ich nehme die Karte rein. So viel kommt nicht mehr. 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 Oh! Maler 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 Oh! Maler 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 Ich wollte da hinten noch was hinkippen. Jetzt hänge ich. Warte ab Michelle, du kennst uns doch. Du bist da warm. Ja. Warte. Warte, jetzt. Warte, jetzt. Michelle, du hast ja zum Lombi gelassen. Ach so, ich bin ja schon leer. Ooooooh. Hehehehe. Man, 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 man. Schnell weg hier. Oh, hast da noch einen stehen? Nein. Äh. Boah, ich kann mal waschen. Ist aber so. Ja, so klein, der steht immer. Warte, du bist da, da muss kein Gewinn gehören, ne? Nein. Gieß an der Holz. Also, wasП ... ... ... ... ... ... Ich muss bei mir fahren. Oh, Muggi ist da. Achtung. Mhm, ich merk schon. Alter, einer trifft wieder. Ich hab's gewusst. Ich hab das gewusst. Aber, ich hab den Fehler gemacht. Ich hab die Eehelon. Ich hab die Eehelon hier. Ja, ich hab die Eehelon, ich hab sie in mir. Ja, ich hab die Eehelon hier. Nee, nee, nee. Ui! Aus! Voller! Boah, wir waren zu schnell. Nee, mach lieber von der Seite. Boah, wir werden da die Kette zwölf und jetzt schieben. Verspannkunde gerade und dann. Boah, stehst du eigentlich auf der Bremse? Oh Mann. Oh, Zeit. Krieg wir es. Schulz. Ich habe ihn unterdrückt, aber das war nicht alles. Erwin, dort ging aber nicht lange bei dir. Willkommen zurück. Bibi. Das ist Erwin Wolladavo, der das Beste verpasst hat, der jetzt die Kugel-Difter-Kreuzion hat. Ja. Ist ausgefallen. Ach, Heini. Du lebst ja auch noch. Moin, Heini. Boah, Bauer. Was ist denn nun? Nun ist aber. Öher. Öher. Sieher. Hoi, Brun. Joa, sagt er. Ja, tach, tach. Nee. Ja, tach, tach. Ja, tach, tach. Ja, tach. Ja, tach. Ja. Ja, überall, aber nicht in den Wagen so richtig. Breitverteiler bestellt. Unser Zwischenramm Lael. Wenn ihr schlau wärt, würdet ihr an euren Hexewagen die Lenkachse fern beim Wuppertreiter. Nur so als, äh... Blut Nummer 7. Danke, Robert. Sie hat den Bauern überholt? Ja. Wie, wie hast du das denn hingekriegt? Hat der Bauer einmal gepennt, wa? Ja. Ja, ja. Willkommen, Robert. Ja. Bin ich denn blöde, oder was? Nein, wie fällst du damit in die Augen? Diese Frage möchte ich dir nicht beantworten. Ja, weil ich sie mir selbst beantworten kann, also. Fährst du aber auch immer an die Kante, da rein, wo die Löcher sind. Ja, ja. Ach, steht nur der Sashimi, oder? Oh, viel mehr. Ja, wa. Nicht nur 1,02. Mehr als... ein bisschen. Scheiß, oh. Hau ab. Wie, hau ab? Bauer, wollen wir jetzt fuschen oder wollen wir? Ich bin nur noch nicht mal voll. Ich pflanze mal was an hier. Hast du noch mehr? Nö. Nicht? Ist halt mit der Steffernwöhne, aber lass den. Na gut. Soll ich den Rest zu dir hin? Nö. Oh. Genau so. Lässt nach. Ausgeben ist nicht mehr. Das holt er immer noch mal aus dem Keller. Nix. Lässt alles nach. Nö. 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 So, noch kleiner. Okay. Kenne ich jetzt so jetzt nicht, aber... Kennt ihr das? Kleiner sind schwarler. Und Volto? Wartladehülse. Schlecht mal, jetzt weiß ich auch warum. Klaas Volto Wender und Klaas Leiner Schwader. So. Ah. Kommt vielleicht noch, ne? Ach. 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 Robert Kasson Ah, okay So, ich habe mein Auto leer Oh, der Bauer nicht Oh ja, war er fast klar, oder? Hier ist was los Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Haben wir uns eigentlich abgesprochen, dass wir jetzt alle John Deere haben? Oder ist das jetzt Zufall? Ja, na, 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 na Na, 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 na das sehe ich ja jetzt erst was ein hässlicher trecker ja, wo? Wo? Der hier? Warum? Ja, genau. Ach man, leck mich, ey, ich hab hier gleich den Scheiße hier. Ich steig mal jetzt in den richtigen Trecker ein hier. Du wirst hier vorne die Kante wecken, wie? Mhm. Normal müssen wir fast nochmal einen Anhänger herruhen. Ja, wir sind ja bei Bauer aufgerufen. Der soll, äh, der Bauer soll viel Schnaps im Keller, doch er, äh, was? Doch wird er davon auch nicht schneller. Ne, er wird immer langsamer, ne? Der wird immer langsamer. Ah, Bauer. Zweimal noch. Denk ich. Nö. Das sieht gut aus. Das ist so gut. Was ist so gut? Ja. Das ist so gut aus. Das ist so gut. es z irgendwas los schon spät oder was die spieler der arm desto verwirrter ist er mein spaß ausrufezeichen du bist Sehr, sehr geil. Super geil. Nun hat er das. Sehr gut, Jürgen. Da hat er schon zugemacht. Nun ist hier aber alles kaputt, ne? Das muss man bitten, viel, ne? Bauer. Viel Mühe und die Ärger, alles gut. Wegen Ärger. Warte, ich verkaufe die anderen Tenschel mal, warum ausdenke ich. Gut. Gut. Nein, das war noch nicht. Haben wir beim Mucki hoch? Mucki, du hast doch hoch die Tankstelle, oder nicht? Ich muss mal gucken, wie das da aussieht. Bei euch. Oh, sorry. Ja, genau. Und da kriegst du jetzt nichts rein, oder was, oder wie? Nö, mein Bauer kriegt nichts rein. Bist auch mal von hier, von der anderen Seite herangefahren. So von hier, irgendwie. Irgendwie liegen die Trigger hier ganz komisch bei dem Link. Wenn ich zum Tanken fahre, stehe ich hier irgendwie. Hier. Vielleicht muss Bauer die nochmal umplatzieren. Das du so von rundherum ran kannst. An ecosistische Reise. Jaa. Jaa. Jaa, jaa. Jaa, jaa. Jaa. Jaa, jaa. Normalerweise wäre ja da vorne der kleine Trigger der Einzelträger. Warum will ich mir Stefan nicht ziehen werden, weil ich verkaufe ich mal eben. Ich stelle sie mitten auf dem Hof oder so. Oder Bauer muss einmal versuchen. Hab ich ja schon. Irgendwann auch nicht. Dann weiß ich das nicht. Die Achse sei noch gefüllt, ich krieg da mit Gerhard Bauer seine Ruhe verfügt. Vorhin gerade halb 10er. Ich schieße auf der anderen Seite des Hofes, Stefan. Ich muss eine Runde rumfahren. Jetzt muss ich eine HKS machen. Ein Hofkreuzfahrt. Ein Hofkreuzfahrt? Hast du ein Schiff gefunden oder ein Boot? Ja. Könnte auch Kartoffelwasser sein. Erwin. Sogenanntes Pisswasser. Mit Bauern-Extrakt. Da kommt ein... kommt ein Boot rein. Mega. Ziel. Nö aber... Nö aber. Nö geht los. Nummer 8. Nö geht Awa los. Geht oder was? Ja. Siehst du? Und von der Seite, wo die Halle stand, wahrscheinlich, ne? Nein, nö. Okay. Keine Ahnung, was da war. Da hat da irgendwas gestört. Ja, schauen wir. Du, Herr Stefan. Dann sag mir mal was. Ich weiß jetzt ja auch nicht, wie viel ich da eingefüllt habe. Wir bauer doch nur an eine Tanke rangehen, dann sieht er doch, wie viel da drin ist. Kein Platz mehr für Rollpaletten. Ich glaube, da waren 8200 Liter oder so. Ich glaube, da war das sehen. Ich glaube, da war das Ding. Ich glaube, da war das Ding. so vom bauern bisschen silage geklaut gleich verlieren lassen aber du hast mir für silo machen oder so hast du mir jetzt nicht noch mal extra gm so gescheuert oder was habe ich auch gekriegt das hat jeder bekommen von uns was so ein arsch offen oder weiss ich weiß ich will er jetzt zurück wie es gibt es morgen alles nein morgen jetzt bei erwin ls 25 ja 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 ls 25 sind wir dann um 24 15 b ich bin jetzt klar um 25 uhr 35 kurz nach den nachrichten Es ist klar! Um 18.60 Uhr ist gut. Ja. Ja, um 60 Minuten vor 8 Uhr, ne? Das ist eine gute Sendezeit, ne? Das ist kurz nach dem Wecker. Gleich vor dem Aufstehen. OK, das ist ein Räumen. Yep. Let's go! Jetzt. Jetzt. Nein, ich kann hier ran. Ich meine, dass du Diesel hast. Die braucht auch. Halben Tank hat sie gekostet. Na gut, dass ich dich ab und zu mitgeschoben habe. Der Tank ist ganz leer. Da ist nicht mal mehr nach Hause gekommen. Das ist eine Zeitvolle Anzine. Hättest du noch nach Hause schieben müssen. Wenn man mit seinem Hirsch alles kann. Kann man sogar einen Stern vor sich her schieben. Ab durch die Sojas. Das ist ein Zeug. Aber die Sojas. Das ist ein Zeug. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber, wie gesagt, klein Vieh macht auch Mist. Was ist denn am Hasen? Hä? Na, klein Vieh macht auch Mist. Hm. Siehe, keine Nicke. Hm. Könnte auch sagen, das können. So, das ist das, was da kein Mist macht. Und das kann er gut. Hehehe. Mm. hmm Guten Tag. Da wusste ich, dass das Feld so riesig ist. Welches denn? Von mir meine 6 Sekunden. Ne. 4. 4. Stefan, wollen wir das bei dir auch noch, oder? Ne. Nicht. Alter, das ist dreiviertel Elf. Was war das? Ein Minuten vor Elf. Ich sag da, ist halt eben dreiviertel Elf. Falls du dich nochmal interessiert. Lern Ostdeutsch, kennst du auch die Uhr. Ich kenn die Uhr auch so. Braucht dafür kein Ostdeutsch. Erwin, den hab ich verstanden, mein Freund. Den hab ich verstanden. Ich hab heute kein Mittag schlafen. Ich hab heute kein Mittag schlafen. hier. Aber ihr könntet ja auch anders machen. Ups! Die Uhr. Die Uhr. Die Uhr. Die Uhr. Die Uhr. Ich hab nämlich sowas mit Ansage. Eigentlich kann er die Uhr nicht. deswegen hat er sowas ich sollte das echt nachlassen ich denke ihm warte mal wo kam der jetzt hin das ist gar nicht mein immer diese Hasen so klein ja und das ist für Henry genau stefan Prozent Bauer hier anwesend b.a. b.a. was ist denn los Bauer was genau ne nö ich weiß nicht was du jetzt meinst b.a. ich habe lediglich gesehen dass auf mein Konto irgendwelche Geld in die Hand das war ich nicht zuordnen konnte dass wir habe ich denn zurückgebracht b.a. ich glaube in der Hüffelscheiße Das kann ich nicht sehen, ob ich in Schwazer oder so bin. Nein, nein, nein. Das geht nicht. Nein. Nein. Doch. Mr. Navi. Du bist schon, Ari. Da kommt ein Lüt. Und Lüt. Lüt Nummer 9. 9. Bauer, wo soll das Gedöns denn hin? Einfach irgendwo hinschmeißen. Einfach irgendwo hinschmeißen. Soll ich den noch sauber machen? Nein. Was sagst du, Stefan? Das hält dein Bauern auf dem Hof nicht auf, wenn er irgendwo hinschmeißen ist. Wann hat er eigentlich hier? Was macht er denn mit soviel Anhänger? Na, anhängen. Wie der Name ist denn da? Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Und den Ladewagen noch. Hm. Jean Luca Humbacher. Hallo. Moin. Na, wie geht's hier? Moin. Moin, bin raus. Lange nicht gelesen. Hallo. Ja. Der erste. Der erste? ich hab doch fällt hier noch mal die ganze zeit schon nebenbei also jetzt nicht aber vorhin hatte ich schon angefangen immer zu bergst zu lernen so ich muss gleich mal gucken was für soja bohnen gibt ich hab da jetzt schon 140 ton runter geholt das soja gut und selbst ich lag sehr lange zeit im krankenhaus war ich mir ein bein gebrochen und nun ist wieder das raus oder was jetzt das gemacht fußball oder so schön eins wieder gut ist schön das ist doch gut so macht er i wasser hat er nachgefüllt gehabt wer hat denn noch ein bütten stroh eigentlich so rumliegen heu auch sonst irgendeiner sechs oder sieben ballen noch zu ja die post ja selber ich mache morgen ein neuer so ist der hier aus dem schuppen raus Kann ich jetzt hier nicht auffüllen. Ah, nu. Ah, okay. Hm. Hm, okay. Hm. Hm. Ja, dann würde ich gleich einmal kurz meinen Dings leer machen, hier, Wolle wegbringen. Dann würde ich mit dem IT-Runner da bei dir einmal rumkommen oder so. Doch, doch. Steht da irgendwo ein Trecker mit Frontlader rum? Das ist schon. Bitte? Sitzt er schon drinnen. Ach so, ja, mal ganz locker, ich muss ja noch, äh, erst zum Bahnhof, ne, hier, Hafen. Bahnhof. Pfff. Ah, fünf Ballen halt noch. Wie ich dir das mal anbieten kann. Hm. Gröl. Gesundheit. Detlef. Ii. Oh, Detlef ist ja dein Boden, ne? Aber diesmal nur fünf Sekunden hier krieg. Dschungel, was geht denn hier am Wasser rein? Ja, sag mal trockenes Gras, trockenes Gras, trockenes Gras. Ochoi, 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 ne, our height wird jetzt sein. Oho,å. Haa, haa, haa. Da, ii�� Одnsmallon. Huh, haa, haa du? Das Probeil neigt hier ohne rumzuliegen. Ja, dauern noch kurz. Ja, dauern noch kurz. Ja, dauern noch kurz. Ja, das freut mich auch gerade, was ich mir hier zurecht fahre. Jetzt fiel mir doch wieder ein, dass er... Nein! Doch! Scheiße! Nee, nee, nee. Doch, doch, doch. So, lassen wir den hier stehen, da raus. Hey! Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schnellweck Ah, der wird da ein Fägensommen. Was? Hier russ pra lustig werden. Dünger, ja. Also, sei so, komisch aus. Ja, musst du ja auch noch, ne? Den Mais düngen. Hast du ja gerade gesehen, was ungedüngter Mais bringt, ne? Was bringt denn gedüngter? Komm ich mit meinem Silo nicht weit, glaube ich. Aber der muss auch erst mal fertig sindieren. Wenn wir morgen sehen, was die Dünger Mais bringt. Was macht der Montagabend so? Oha. Oha? Genau, Erwin. Würde ich auch so tippen. Schmeckt ein bisschen anders. Oha. Kräftiger. Oh. Oha. 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 Oha aa. Ohaja. Ja, komm auch immer drauf an, mit welchem Dünger, ne? Schönes Blaukorn oder so. Kunstdünger, Schmür, Bombenbau, oder Kudunk, oder Schweinegülle, ne? Oder Bauer im Piesch, ne? Schlimm soll sein, hab ich gehört, weiß ich nicht. Hat Stefan mir mal erzählt. Bauer, Bauer und Scherz. Ja, ich hab nicht gedacht, ey Gott, was warst du da? Hammelkopf, Alter. Ja. Da sollen die Sachen richtig doll wachsen, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht, voll ein Bedruck. So, jetzt sind zwei Paletten weggegangen, ne? Ohne, dass ich die Spanngarde losgemacht hab, ne? Wieso gehen die anderen beiden nicht? Falsche Seite. Ich hab hier ja noch zwei Paletten rumliegen. Die sind mir ja runtergefallen. Oh. Mit Hinweis. Der Apotheker zum Kunden, wollen Sie das Rattengift gleich mitnehmen? Sicher, oder? Glauben Sie, ich schicke Ihnen die Rande auf den Ball? Erwin, ey. Nee, du. Ich will beiden Strohwitzen haben, okay. Weiß nicht, zwei, drei Stück? Was? Mann, wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Einfach 100. Prost. Boah, ey. Um. ja du kannst aber auch im ganzen satz sprechen du kriegst ein Buch, er hat ein Buch getrunken ich weiß nicht, was der hat hm, komisch willst du bloß den Öl wechsel machen, ne? ich weiß nicht und gleich abschmieren von unten, ja Mucki? ja auch, alles, Marta und der Wechsel geht auch gleich, ne? mindestens hm, sehr komisch hm man könnte auch meinen, komisch ja, alles fertig ich glaube, hier muss ich nochmal mit dem Träger herfahren mit dem Frontloader ich bin drôle von Moin Robert Ey, du sollst da nicht spazieren fahren, kommst du jetzt Baller mal angeschissen hier oder was? Ja So Ich muss sich einer für den Deckel holen, Robert Ja Einmal tauschen Robert Sie wünschen Wenn du ganz schlau gewesen wärst, hättest du dir eine IT bei einer Autoload daneben gestellt Bringt sowieso nicht viel Weil Er ist da eine per Hand abladen muss Bei Autoload Der Autoload IT-Warner kann mehr Kartenz laden Der Autoload Der Autoload Und sich immer nicht Irgendwas ist da runter Wie viel Hühner habe ich denn jetzt überhaupt? Kann man nochmal 10 Meter vor Also mein Stahl ist voll Geht nichts mehr rein Reicht? Das Monat 54 Woher? Woher Ey, Kofrit kenne wieder mehr Ich mach gleich Nein, Robert, tu uns das nicht an! Genau Bleib doch hier oben Bleib doch hier oben Bleib doch hier oben Ich mach nichts los mit uns Nicht aus Ich fahre jetzt noch mal tanken Ich fahre schon fast auf Reserve Ich fahre jetzt muss immer so denken jetzt hätte ich immer schlimmer treffen kann man bei dem herr so auch so tanken kommt was kriegst du denn für den liter aber du sie wirst so nicht sehen wie viele liter du getankt hast doch stefan du gehst einmal hin kurz und dann weißt du wie viel er getankt hat ich weiß schon wie ich das jetzt mache ich bezahle erstmal ist nachher so ist er so sich so zufrieden ich bin viel liter in deine karre da rein aber muss schon passen ich bin viel liter in die karre da rein aber ich bin viel liter in die karre da ist Abfahrt. Hatten sie vorher getankt? Ja. Ich weiß nicht, was er jetzt getankt hat. Er war fast leer. Warte mal. Die letzten beiden hinten ist nicht nach dem Boot rum, ja? Aber die werden trotzdem drauf. Okay. Die weckenen aber. Was hat denn da für ein Tank gewonnen? 470 Liter. Also kann sie sagen, hab ich noch 70 Liter im Tank gehabt. Ach. 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 Äh. Ja. 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 der der mit dem die Mitte die Fletsplop und nachvollziehungsweise irgendwo liegt an seinem Bein unterwegs noch mal einfach Prozent nach bei mir wo er holen nach so viel aber Ach, Robert! Die können sich alle verpissen. Aber, jetzt können sie gut. Da muss ich zustimmen. Ja, einfach still und heimlich. Na, Herr Odin? Wie ist beim Nachbarn das Wetter? Gut? Hast du jetzt schon beide Beine hinten verloren, oder? Ja. Liegen beide irgendwo auf der Straße rum. Wat kann er? Naja, die sind so runtergeflogen. Ich finde, der andere hätte sie sein. Wat er kann. Auf jeden Fall könnte es sein, dass Brot... Ja, was kann die eher? Ey! Hey, haben wir irgendwo ein... Hallo! Hey! 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 Oh, sind das jetzt drei Felder? Bestimmt jetzt 1A, B und C. Könnte sein. A und C sind Mais und B ist nix. Ne, ist bald Mais. B, ne, ist alles. Hihihi! Ah! 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 jetzt bist du dazwischen da wir haben Mais gehäckselt Odi, nur so am Rande, wir haben Mais gehäckselt Wir? War sehr amüsant Obwohl Bauer hat gehäckselt Ist wohl geschoben Muss ich noch mehr erzählen, Odi? Du hast doch da noch Stroh Ja Stroh ja Und warum fragst du denn ob ich nach Stroh? Ja, weil ich hab bis jetzt Sojabohnen nur angebaut Und Mais Wo soll ich Stroh herkriegen die nächste Zeit? Wenn ich mir jetzt Kühe anschafe Na? Fährst du dir da? Wenn mir die erstmal bitten zu beißen haben Ja Odi, das war wirklich diesmal kam er aus Jeden Silo zugedeckt war dann Silo nebenan auch schon zwei kleine Haufen zugedeckt Guck mal Odi Odi, ich hab sogar auch Mais gemacht Hier hätte ich fast gesagt Silo Guck mal Schick ne? Ich hab mir echt Mühe gegeben Ich bin da einmal rüber gefahren und hatte verdichtet Ich bin da einmal rüber gefahren und war 100% verdichtet Gut ne? Extrem Silo hat Mucki gemacht, Alter Guck mal hier, da sind ganze Das stand doch hier im Muck Ne, das steht erstmal wenn du aufdeckst Ich glaub 246 sind da ungefähr drin Besser ich brauche Geiles Ding ey Ja Bauer hat einfach zugedeckt und ich hatte noch mal den Schaufel drin Und da hab ich, oder in der Forke Und da hab ich gedacht gut Ist so ne? Ist so genau Dann nehm ich das mal mit, ne? Weil, weil ist so Ne? Die uns mal fragen, ob du Nutz sicher da haben kannst Moment, Richtig Weg So Ich mal gucken, was meine 500 Hühner machen Wow Gib ihm mehr, hat mehr verdient Der Sixpack wird wohl nicht mit dir reden Bei Lidl gekauft und die Tüten nur hingeschmissen, ja Der Erwin, du Der Erwin Der Erwin Der Erwin Unser Erwin war ja Ja Der Ausländer, der Ausländer gedönt Ja Mit bayerischen Akzent drinnen Draußen Ach nicht, Flöte? Ja Ja Mit der Jodelflöte Mit der Jodelflöte Mit der Jodelflöte Weil haust Haust du Erwin auf die Flöte Fängt er da das Jodeln an Da kann er aber jodeln Jodeln Oh blau Hehehe Ne, ohne Ausländer geht nicht Jeder sollte einen haben Ja, jeder sollte einen Erwin im Keller haben Doch Ich wüsste aber nicht lieber auch deinen Namen brauchen, oder? Ja Ui Ah Oh, Heier, muss ich auch mal wieder wegfahren Robert, du würdest ja dem Ausländer nur die Drecksarbeit aufhelfen Und dann noch verheizen Herr Erwin ist ja in dem Sinne kein richtiger Ausländer Ne, ich wüs ja aber Äh Hä? Hä? Den verstehe ich jetzt nicht Die sind krass gekriegt Ich wollte den Spanngurt aufmachen Das hat er auch geschnitten Der hat er da drüben in der Schrift mit Geld verliegen Einmal Bauer Bauer Einmal mit Personal Profis dazu Nur 5 Minuten Ja Genau, Erwin, die Quote macht Quote ist total wichtig Das heißt, Quoten ausländern Äh Ich muss mal gucken, wie Die Ölschi Äh Vielleicht soll die auch einfach Feierabbern machen Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht Wenn das mit den Ballen Wenn das mit den Ballen nicht mehr funktioniert Musst du Feierabbern Definitiv Dann ist soweit Das wissen wir beide wohl am besten Mucki Wo kriegt man denn hier Tiere gekauft? Musst du da rin gehen, ins Gatter! Was, ich soll hier reinkacken? Ja, da musst du auch rin kacken! Nein! Niemand mag den Weg, den wir hier haben! Ich hab bisher auch bloß Hühner kaufen können! Mach mal deine Flatter-Teile der Oster! Sind ja ätzend! Hä? Bist du als Admin angemeldet? Theo praktisch? Oh! Der Klassiker! Aber war ich nicht heute Nachmittag schon drauf? Also, ich war noch gar nicht wieder runter! Wir sind dann noch mal runter! Ja, stimmt! Ah! Ich kann Tiere kaum! So, braun, braun-weiß, Das ist Black! Ich kaufe mir ein paar Quoten! Cool! Cool wie viel? Oder? Nö! Ich kaufe mir ein paar Stephans! Hey! Schnauze du voll! das sind quasi in solana die machen auch die machen auch die machen auch nein spaß Ach man. Pass auf, dass du dich gleich nimmst, man. Haben wir einen Hasen? Einen Bauer? Was wollte ich jetzt? Ach so, nun weiß ich wieder. Oh, für Weizen gibt's viel Geld. So. Ich hab da eben irgendwo krass reingekippt. Ach da, 126 Liter. Tam, 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 tam. Tam, tam. Ocker Kühe sind das. Na, kühl mit dem Ocker. Ocker. Der hat den Ocker. Ey, da willst du den Spanngurt losmachen und dann geht der Ballen auf. Wie im wahren Leben, ne? Genau. Willst du mal einmal so'n, so'n, Heubahn zur Seite nehmen? Der klappert da unten irgendwo. Da haben wir gehört. Die liegen zwei im Weg. Ach so, der ist irgendwo auf der Straße rum, ne? Ja. Obwohl, die liegen ja nicht im Weg, Bauer. Aber wir schon. Die liegen auf der Straße. Ja, das haben die jetzt auch im Weg. So, ihr treibet. Ich bin raus für heute. Ego. Uwe, Stefan. Ja. Jo. Der legt die Füße hoch, ne? Mhm. Hat er schon. Und Stefan, lass deine Frau mal schlafen. Ich mach das auch. Guck mal. Ach ne, kannst du ja nicht sehen. Ha. Wir sind ja auch noch. Ha? Jo. Ha da, ne? Wir werden ja auch noch abgeklatscht. Jo. Jo. Hingelegt. Äh, ich mein, tschüss. Ja, man könnte auch denken, Bauer hat einen geroten Weg. Ne? Oh. Erwin, hast du das fest an? Nö. Ne, ne. Hm? Doch. Ja. Doch, was doch. Brauchen die auch Stroh? Ja, ne? Die brauchen gar keinen Stroh. Die sind ja doof. Pse. Das ist ja. Das ist ja. 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 Das ist ja. Achso. Ich dachte, ich krieg hier noch. Das ist ja doof, ey. Ich muss lieber doch einen Stall bauen sollen. Scheiße. Ich dachte, ich krieg hier auch noch schön Mist und so. Das ist ja blöd. 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 Aber ich merke schon, es hat nicht mehr so viel Sinn, irgendwie. Das liegt am Meus-Bui. Ich glaube auch, der macht einen, irgendwie... Puh. Ist der irgendwo ein Pferd steht, oder? Ja. Hüüüü. So. So, wir gucken mal, wer denn noch so unterwegs ist. Machen wir mal das Spiel weg hier. Oh, Axel Mucki ist live. Nein. Wenn ich was vorlese und da ist am Ende gehabt, lasse ich dir das gehabt schon immer weg. Du hast geschrieben, Landwirtschaft, hattest du einen schönen Samstag gehabt. Das ist zu viel, das gehört da nicht hin, das gibt es nicht. Es wäre richtig gewesen, hättest du geschrieben, Landwirtschaft, hattest du einen schönen Samstag. Ohne gehabt. Da bin ich selber gerade mit bei. Du hast denselben Fehler wie ich. So, wir machen... Ich bin gerade dabei, mir das abzugewinnen mit dem gehabt. Habt ihr das? Warum nicht, ja? Habt ihr das? Ja, das ist halt gehen. So, mal alle rüber kurz, ne? Sehr schön, Timo. Gib mal Goebbels nochmal eine extra Knochen-Konbindung. Ach du Scheiße, das schreibt man hier so im Dunkeln. Ich hab geschrieben, ein Tag war nicht so toll. Das heute heißt, mein Tag war nicht so toll. Dumpes Wetter. Durchgefroren. Vier Stunden Regen. Mucki, Hallöchen. Huhu. Mensch, jetzt auch noch einschaust. Ich mach gerade meinen, ähm, Pellungsschmöker. Erwin, Ernst. Auch. Huhu. Wie geht es euch? Mauer 30, einen wunderschönen guten Abend. Huhu. tribe sind. Danke. Bye. lên. Bye. 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 so ich sehe hier noch vier zuschauer was los ok Ach, okay. Ich habe einen Hamster. Das ist kein Hamster mehr. Das ist kein Hamster mehr. Der ist schon ein Teddybär oder was? Das ist ein Bär. Timmy. Ach, hier. Timmy. Hast du ihm so viel Kassel gegeben? So, wen haben wir noch? Werbung angucken hier. Werbung. Ach so, der ist schon fertig. Der ist schon fertig. Okay, mach. Denk mir ein Lied. Da gucken wir jetzt einmal rein. Ach. 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 Jakobin. Ach. Ach. das war sehr leise erwin bis noch da einmal rüber da bauer und mucki hallo schön dass du auch da bist das ist ein zweit erwin ist drüben geblieben Patrick Drescher, gute Wahl. Ja, richtig gut, oder? Manche unter Hamster teilen sich ein halbes Schwein. Gut, Leute, sucht euch aus, wo ihr noch weiter guckt oder geht ins Bett, schlafen. Ja. Wen haben wir denn hier sonst noch? Mit dem dreckig Magen weiter. Heute nicht mehr. Alles Feierabend. Also... Go, 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 go! Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren live live Kanal. Wir sind wieder im LS19 und machen weiter da, wo wir aufgehört haben. Und in 30 Sekunden schaltet sich mein Handy ab! Oh, nicht schlimm. Nicht weiter tragisch. So. Ich gehe zu den anderen, die auf Discord gehen. Dann schnacken, Kopf in den Nacken und ab geht die Luzi. Da ist doch schon Schluss. Jupp, moin moin Mädels. Moin moin Tante. Da ist doch schon Schluss. Da ist auch Schluss. Da ist auch Schluss. Gut, liebe Leute. Ich sag jetzt Tschüss und auf Wiedersehen. Danke für eure Luz und alles. Und Abus und Däumchen. Und ja, ich werde mir jetzt ein bisschen Silbers Huse mal angucken. Und mach dann jetzt Feierabend. Tschuhus. Tschüss.